Unter mir ist der. Hat er einen gefunden? So, ich pack mal dahin. Jawoll! Macht das jetzt? Okay, mein Geschütz hat mir einen Kill geklappt. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das erstmal nehme. Auch im grün? Ja. Gerne, gerne, gerne. Na, die Schubflut haste ich eh. Aber trotzdem ein bisschen leben heilen. Nee, jetzt doch nicht, oder? Hey! Hey, hey, hey! Ein Geschütz macht schon. Zeig mal. Habt ihr alle Langeweile? Ja. Zu lange hast du gebraucht. Dich habe ich auch gesehen. Kann ich mich jetzt... Okay. Huch, kommst hier nicht weg. Oh, war das knapp gewesen wieder? Zu eilig gehabt. Zu schnell hinterher. Zack. Ah, aber immerhin. Die Frage ist der jetzt unter, ne? So, weg mit dir. Ich glaube... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist denn hier eigentlich? das heißt kann ich jetzt rein oder was bringt das jetzt ich gehe jetzt untergrund das geschützt mit deckung hoffentlich ich glaube hier unten ist sie scheinbar mit boss oder irgendwas jetzt dieses rot das soll mal aufhören ich kann nicht mal sehen was ist das für eine ich kenne ich aber gar nicht so und so zu spielen ist auch nicht schlecht ich kann mich gar nicht mehr hatte die jetzt wahrscheinlich von irgendein bus das könnt ihr mir wahrscheinlich schon jetzt beantworten denke ich mal die waffe dieser eklige rote filter das gefällt mir wirklich jetzt frage ich mich wie viel schaden macht das zeug okay bis jetzt noch gar keins durchgekommen aber hier war schon jaha das war glaube ich der typ von gerade eigentlich weg nein das ist schlecht doch ist so schlecht habe ich mich jetzt erschrocken ehrlich zu sein ich habe gedacht vorbei das ding lässt mich nie wieder los ich dachte ich kann da nicht mehr raus es gibt es noch pistole habe ich nicht angeln ich habe noch schlüssel das ist eine gute frage aber eigentlich bin ich mit den waffen soweit zufrieden was ist noch schlacht das könnte vielleicht etwas sonst sein das leben aber auch nicht mehr so viele leute ich habe doch jemand gehört hier hinten mit dem auto du hast es jetzt nicht oder das geschützt ist schon mächtig aber erstmal gar keinen platz ich weiß halt nicht welche welches rotpunkt visier doch aber so noch kleine tränke und ich glaube ich muss mal bei den zwei waffen mich für eine waffe entscheiden aber ich kann mich nicht entscheiden um ehrlich zu sein jetzt habe ich die eine gekauft kommt ich brauche ich brauche noch mehr tränke wirklich sonst kann ich nicht spielen ohne tränke das ganze zeug ich könnte noch die schrubflanz vielleicht verbessern könnte ich nicht könnte ich nicht ich brauche wieder schon schon wieder viel zu lange hier was seid ihr denn ich hoffe die sind hier alle noch außen irgendwo rum rennen sondern irgendwo jetzt mal langsam hier vorne ach komm ich kann sogar den winkel bestimmen so mehr oder weniger nicht schlecht was mich ein bisschen nervt ist dass die deckung dann direkt mit weg macht ok ok habe ich dich gesehen du hast mich auch gesehen mein freund oder ich denke mal wo bist du jetzt hin unter mir ja ok was hast du dir dabei gedacht mein freund wolltest du mich hier unten zack zack von unten war das der sah das kind da nicht ein bisschen anders aus mir irgendwie nicht so sicher ich war der meinung das kind sah anders aus aber ich bin auch blind ruckel 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 auf der insel sind mal welche ich bin auch sieben spieler lieber nicht oben oder oben oder das ding zu pushen ist auch nicht so geil wo ist die frage ja natürlich oh mein gott also sowas habe ich ja noch nie erlebt der wusste ja ganz genau von wo wann wie wie ich komme wohin ich komme also bitte der war ja direkt vorbereitet und stammt da schon in der ecke das ist ja krank habe ich mir die hose voll gemacht ich glaube ich muss mal zurück hier habe ich ein sprich wenigstens kleine tränke spree aber da hat mich richtig gut rasiert also da bin ich mal gespannt im nachhinein in der aufnahme will ich mal sehen ob der jetzt tatsächlich mich unten laufen sehen hat oder ob das so ein bisschen merkwürdig war wo ist der da oben wo war der überhaupt was ich machen könnte wäre ein risse aber ich habe keine risse gesehen ach ne ich muss jetzt schon ach ne ok da unten ist einer auf jeden fall unter der insel war gerade einer lief ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt aber ich muss trotzdem runter verdammt das ist echt nicht geil ach dann krieg ich noch schaden ähm ok ich halte er wieder hat sich doch tatsächlich gelohnt sich das zu skillen die frage ist ob das der typ war der da unten gelaufen ist oder ob das ein anderer war die nächste frage ist trampo warum ist trampo irgendwo dahinten ich weiß nicht ob ich da jetzt noch mal hoch kann mal gucken ich riskiere es einfach oder na oh natürlich ach komm was ist denn was ist denn los mit meinem controller ey das ist ja ich bin da stecken geblieben und das war's der ist nicht mehr gelaufen gar nichts mehr oh mein gott und der verfolgt mich natürlich natürlich verfolgt sie mich ja gar keine frage das hast du jetzt davon das hast du jetzt davon wirklich das hast du so gewollt das hast du jetzt bekommen verdammt als ob er mich unbedingt hätte verfolgen müssen er hätte doch einfach mal einen Ruing machen können oder was meint ihr das hätte ja nicht sein müssen aber der wollte unbedingt und das hat er auch bekommen dann was er verdient hat meiner meinung nach krieg ich jetzt noch einen großen also wie sieht das aus drei leute noch das war ein richtig ekelhafter fight ich weiß nicht mein controller hat kurz ausgesetzt irgendwie ich bin da oder ich bin da hängen geblieben am baum ok da bist du da ist noch einer ach ne wenn ich jetzt alle anschieße das ist doch nicht so schlau ins wasser komme ich da ins wasser oder ist da irgendwas noch hab ich gar keinen bock drauf klatsche ich noch auf den boden auf blümchen nehme ich mit das ist nämlich auch mit das hier ein prozent kann immer noch oder ein punkt kann immer noch leben retten ach ich muss mal rufen ich bin immer viel zu langsam mit der sohn hier die sind schon da oben an den besten plätzen wahrscheinlich kann ich drum rum gehen nein kann ich nicht so oder so bin ich der der da ganz oben ist hat den vorteil bin ich mal safe aber ich hab doch das raketending eigentlich ich könnte mich da hoch katapultieren mit dem raketending die frage ist ob da einer ist mich abfängt das war's nicht mal nicht mal erhöhen also ja das habe ich mir schon gedacht na klar und der trifft ja auch noch also oh oh ja da wollte jemand viel zu viel da wollte jemand sehr sehr viel haben auch sind wir jetzt nur zu zweit okay die frage ist wer ist da ich will nach oben ich würde gerne nach oben wirklich ach da ne verdammt nein jetzt weiß er wo ich bin wo geht's denn hier hoch in den palast brich ab nein mach's nicht kaputt schon wieder alles klar also wenn der jetzt nicht weiß wo ich bin dann weiß ich auch nicht was ist der denn ganz oft hat er jetzt vor sich die ganze zeit zu verstecken so wie wärs wenn ich das ding jetzt darauf stelle ja jetzt weiß man auch wo du bist mein freund jetzt weiß man wo du bist wow war das knapp gewesen oha war das knapp gewesen der hat das aber auch gut gemacht er hat seine position gehalten und ich bin zu hatte es zu eilig ich bin gestürmt ja aber danke fürs einschalten und fürs zuschauen auf jeden fall wir haben es wieder hinbekommen epischen sieg leider kein kronensieg aber ja immerhin